Wir wollen heute über ein Thema reden, das Thema Fleisch. Grillfleisch wollte ich im Frühjahr kaufen und stellte fest, dass das deutsche Fleisch nur sechs Wochen haltbar ist, vakuumiert, gekühlt, aber das Zeug, was aus Südamerika kommt, ist Monate haltbar. Es wird im Container an der amerikanischen Küste hochgefahren, ist dort ewig unterwegs, hier rüber und immer noch haltbar. Okay, ich habe mich dafür interessiert, warum ist das so? Es gibt Aussagen, okay, die Tiere fressen dort trockener, welche schwach sind. Das Einzige, was dieses ermöglicht, ist das Bestrahlen, das radioaktive Bestrahlen mit Gammastrahlen des Fleisches, vakuumiert, vorm Verpacken in den Containern. Damit wird das Genom der Bakterien getötet, auseinandergebaut, kein Bakterium wächst da mehr drauf und im Prinzip, das Fleisch wird auch verändern. Dann kann man ja sagen, okay, es ist ja nur Strahlen, die kontaminieren das ja nicht. Aber seit 2008 ist es in Australien verboten, solch Fleisch an Katzen zu füttern, weil sie danach gelähmt sind. Und wer sich dann noch die Zeit nimmt, ins Netz mal reinzugucken, das Symbol für bestrahltes Fleisch sieht aus wie ein grüner Lebensbaum. Mit diesen Sachen müssen unsere Landwirte konkurrieren. Dieses Wissen, was ich erlangt habe, habe ich über Kontaktleute, die in der Öffentlichkeit dazu nichts sagen wollen, weil sie sich fürchten. Dahinter steckt eine Wahnsinns-Fleisch-Mafia. Dieses Ganze ermöglicht Edeka, Aldi und so weiter, Schweinefilets aus Chile als Frischware hier rüber zu kriegen. Unsere Ämter beschäftigen sich mit den Kontrollen in den landwirtschaftlichen Betrieben, damit sie den Bürgern suggerieren können, ist ja alles überprüft. Aber das Zeug, was aus dem Ausland kommt, da weiß keiner was rüber oder keiner will darüber reden. Wichtig ist, die Landwirte, die jetzt ihre Demonstrationen vor den Zentrallagern der großen Handelsmonopole machen, die schützen ihr Einkommen, uns aber auch, wenn wir es öffentlich machen, vor diesem Dreckzeug, was dort unter Regenwaldabholzung, unter Hormonschips aufgezogen wird und dann als bestrahlte Ware auf den Tisch kommt. Also, Katzen in Australien dürfen das nicht und hier gilt es als Delikatesse und sorgt dafür, dass unsere Landwirtschaft den Bach runtergeht. Danke.